Herzlich Willkommen, ich begrüße euch zu unserem Workout aus dem Bereich der Koordination. Heute zum zweiten Teil des Themas Gleichgewichtsfähigkeit und wir wollen zwei Übungen vorstellen, die ich fahrweise realisieren kann. Die erste Form wird so sein, aus dem sicheren Einbeinstand wirft der Partner mir einen Ball zu und diesen Ball, der bewusst auch mal rechts und links geworfen wird, versuchen sicher zu fangen im Einbeinstand und zurückwerfen. Ähnlich wie letzte Woche schon gesagt, achtet darauf, dass ihr keinen Schuh anhabt, also barfuß oder mit Zocken und guckt, dass das Knie ungefähr Hüfthöhe hat, Fußspitze angezogen ist. Die zweite Variante, etwas fußballspezifischer, da parken wir auf den Ball halb hoch zu und wir spielen den Ball mit der Innenseite halb hoch zurück, ohne das Spielbein abzusetzen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ganz viel Spaß beim Bieten.